In diesem kleinen Video möchten wir Ihnen zeigen, wie man am Mini-Expander das Schräubchen dreht. Der Mini-Expander muss an einer Schraube gedreht werden, damit er breiter wird. Diese Schraube befindet sich in der Mitte der Zahnspange, und zwar hier. Um eine gute Sicht auf das Schräubchen zu erlangen, sollte der Patient sich am besten auf ein Sofa oder ähnliches legen und den Kopf nach hinten in den Nacken strecken. Sie sehen dann ein Löchlein hier vorne, wo der Schlüssel zum Drehen eingeführt werden soll. Der Schlüssel hat hier eine kleine Biegung. Bis zu dieser Biegung sollte er im Löchlein stecken. Sie verhindert außerdem, dass er durchrutscht und den Patienten am Gaumen verletzt. Zum Drehen sollten Sie sich jetzt am besten hinter den Kopf setzen und den Schlüssel seitlich mit der rechten Hand halten. Dann führen Sie ihn von vorne schräg in das für Sie sichtbare Löchlein ein und drücken ihn mit dem linken Zeigefinger so weit wie möglich nach hinten in den Rachen. Beim Herausziehen des Schlüssels sollten Sie darauf achten, ihn dabei nicht wieder versehentlich zurückzuziehen. Also am besten etwas Druck mit dem linken Zeigefinger geben und ganz gezielt nach hinten in Richtung Rachen herausziehen, auch wenn es etwas hakt. Es müsste nun vorne ein neues Löchlein vollständig sichtbar sein. Wenn Sie fertig gedreht haben, kontrollieren Sie am besten nochmal, ob Sie mit dem Schlüssel wieder vorne in das neu entstandene Loch kommen. Wenn ja, haben Sie alles richtig gemacht. Bei jedem Mal drehen schieben sich diese beiden Teile ein wenig auseinander. Nach einigen Tagen sollte also, wenn alles gut funktioniert hat, ein Spalt hier in der Mitte entstehen.